Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, dann kann es mit Turnschuhen quitschen. Schuhakustik ist hochwichtig. Allerdings haben Turnschuhe auch Vorteile gegenüber zum Beispiel Frauenschuhen mit hohen Absätzen, die so laut klingen können, dass ich manchmal das Gefühl habe, man möchte dadurch Aufmerksamkeit erreichen. Auch wenn sie mit dem Takt mitschlagen beim Musikhören. So sind Turnschuhe besser, weil sie leiser sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017